Hallo, heute ist Sonntag, der 9. Februar 2020 und das heutige Video ist mal wieder ein Zuschauerwunsch. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich mal ein Video machen kann über das Thema Schwangerschaft bei Transmenschen, also insbesondere bei transmaskulinen Leuten. Und ja, ich habe zwar da jetzt nicht so viel Neues hinzuzufügen, aber ich würde das Thema einfach ganz gerne mal aufgreifen, weil es in diesem Kanal noch nie Thema gewesen ist. Also ja genau, Transmänner können grundsätzlich, theoretisch zumindest, schwanger werden. Natürlich vorausgesetzt, dass ihre reproduktiven Organe, sprich Eileiter und Gebärmutter und Eierstöcke noch da sind und nicht operativ entfernt worden sind. Sonst, ja, aus naheliegenden Gründen geht das dann natürlich nicht mehr. Also das funktioniert auch dann, wenn schon die medizinische Transition angefangen wurde, also eben Hormontherapie eingeleitet worden ist mit allen dazu führenden optischen und körperlichen Veränderungen. Auch Mastektomie kann schon durchgeführt worden sein, dann wird das natürlich mit dem Stillen hinterher des Kindes etwas schwierig, beziehungsweise funktioniert dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber gut, das funktioniert bei vielen Cis-Müttern auch nicht. Deswegen, um das Kind auf die Welt zu bringen, braucht man die Brust jetzt nicht dringend. Das heißt also, solange alle reproduktiven Organe noch da sind, genügt es, theoretisch zumindest, die Testosteron-Gabe einfach wieder einzustellen. Natürlich immer mit ärztlicher Begleitung. Also wir medikamentieren uns hier nicht einfach selbst so auf eigene Faust. Das ist nicht anzuraten. Immer einen Arzt mit ins Boot holen, Gynäkologen, was auch immer, damit die drauf schauen, dass das auch alles seinen geregelten Gang geht und ihr euch nicht in irgendeine falsche Medikation hinein manövriert. Aber wenn Testosteron am Ende abgesetzt wird, dann sinkt ja der künstlich erhöhte Testosteronspiegel und der niedrige Östrogenspiegel, der ja, der ist dann halt zu niedrig für euren Körper und das Gehirn stellt fest, hey, es sind zu wenig Sexualhormone im Blut, da schmeißen wir doch mal unsere Östrogenfabriken an und dann fangen Eierstöcke und Eileiter wieder an, Östrogen zu produzieren und dann steigt das Östrogen wieder. Und wenn das mal so ein bestimmtes Level erreicht hat, dann findet auch wieder ein Eisprung statt, kann zumindest wieder ein Eisprung stattfinden, muss nicht. Also es kann eben auch sein, wenn einmal die Testosteron-Therapie angefangen hat, dass du danach nachhaltig unfruchtbar bist und nie schwanger werden kannst. Das ist grundsätzlich möglich, von Mensch zu Mensch unterschiedlich und andererseits kann es auch sein, ich sprach jetzt gerade so davon, dass Eileiter und Eierstöcke angeworfen werden, dass die wieder Östrogen produzieren. Das ist natürlich auch eine Unterstellung. Also es kann auch sein, dass die niemals wirklich inaktiv waren, sondern immer so ein bisschen aktiv waren und auch ab und zu mal eine Eizelle des Weges gekommen ist. Das heißt, Testosteron ist kein Verhütungsmittel, habe ich schon mal gesagt. Ich werde es immer wieder wiederholen. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich habe das schon mal in einem Video vor, keine Ahnung, vielen, vielen Monaten alles im Detail besprochen, welche Auswirkungen Testosteron hat, packe ich hier in die Infoleiste, erzähle ich jetzt nicht noch mal alles so von vorne bis hinten. Wenn also aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht, dass eine Person nach Absätzen der Testosterontherapie schwanger werden kann, dann ist die nächste Hürde höchstwahrscheinlich so die psychische Hürde, weil Schwangerschaft und ein Kind auf die Welt bringen. Das ist so eins der, ich sag jetzt mal, der wenigen letzten Hoheitsgebiete, die wir so mit Weiblichkeit per se in Verbindung bringen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die, dass an der sehr viele Transmenschen echt zu knabbern haben. Man kann es jetzt so ein bisschen nach dem Motto lösen, Augen zu und durch. So blöd das klingt, es sind ja nur neun Monate in Anführungszeichen. Also irgendwie einfach durchstehen, nicht nach links, nach rechts gucken, auf die anderen. Einfach irgendwie die Zeit absitzen und das Kind auf die Welt bringen und dann hast du es geschafft. Und dann kannst du Elternteil sein und das, dann musst du ja keine Mutter, Vater, irgendwas rolle, dann kannst du einfach Elternteil sein. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man die psychische Herausforderung so einer Schwangerschaft meistern kann. Man kann es vielleicht auch sich anders denken und zwar so ein bisschen so nüchtern. Ziel ist, eine Familie gründen und zwar nicht durch Adoption, sondern eben ein eigenes leibliches Kind auf die Welt bringen. Und dazu sind zwei Menschen notwendig. Eine Person, die das Kind zeugt und eine Person, die das Kind austrägt und gebiert. Und die Rolle, die ich bei diesem Vorgang ein neues Leben auf die Welt bringen, welche Rolle ich da spiele, die gibt mir meine Anatomie und meinen Körper vor. Da kann ich nun nicht viel dran machen. Ich kann zwar meinen Körper verändern, aber ich kann ihn nun nicht so einmal komplett auf links drehen, dass ich die andere Rolle übernehmen kann. Das geht nun nicht. Soweit ist die Medizin nun auch nicht und vielleicht wird sie es auch nicht sein. Deswegen bin ich nur ein bisschen festgenagelt auf die eine Rolle und nur die eine Rolle. Ich kann die Rolle übernehmen oder ich kann es bleiben lassen. Und wenn ich jetzt ein leibliches Kind auf die Welt bringen möchte, dann nur in der Rolle, die mir meine Anatomie erlaubt. Punkt. Deswegen bedeutet ja Transgender auch Transgender, weil Körper und das, womit ich mich identifiziere, halt nicht deckungsgleich ist. Und am Ende kommt ja ein Kind raus. Und das ist ja das, was du gerne möchtest. Und die Rolle, die du übernimmst, ist die Rolle, die dein Körper bei diesem Vorgang übernehmen kann. Aber abgesehen davon bist du trotzdem Mann. Auch wenn du umgeben bist von ganz vielen Frauen, deren Anatomie auch für genau die gleiche Rolle geschaffen ist. Das ist halt alles. Und so kann man es vielleicht auch gedanklich lösen. So Körper und Gender sind ja vielleicht zwei verschiedene Sachen. So könnte man es vielleicht machen. Aber wo wir schon bei Geburtsvorbereitungskurs sind. Die anderen Menschen. Das ist ja vielleicht auch noch so eine Herausforderung, mit der sich viele Transmenschen, die mit dem Gedanken Schwangerschaft herumspielen, der vielleicht Irritation oder Angst hervorrufen könnte. Kenne ich zumindest selbst. Also wie gesagt, ich bin selbst in der Rolle nicht. Aber so meine Kollegen, mit denen ich mich über das Thema unterhalten habe, die haben mein eigenes Coming-out ja komplett chillig und so entgegengenommen, akzeptieren mich auch, nehmen auch meinen neuen Namen und alles ist ja seit Jahren jetzt alles gut. Aber ich habe mich mit denen auch mal so generell über das Thema Transidentität unterhalten und auch so, dass man so, was man so für Transitionsschritte machen kann, aber eben nicht muss. Und dass manche sich eben wirklich dazu entscheiden, bewusst ihre reproduktiven Organe zu behalten und dann vielleicht auch später eine eigene Familie zu gründen. Und da war bei meinen Kollegen wirklich der Ofen aus. Da sind sie nicht mehr mitgekommen. Da haben sie dann gesagt, so was, nee, wie? Und das entscheidende Kriterium war, ja du musst dich doch dann entscheiden. Du musst dich doch nochmal entscheiden. Ja, bist du jetzt Mann oder bist du Frau? Und das ist so eine typische Cis-Logik. Bei Cis-Menschen, die kennen das ja nicht anders. Bei denen ist Körper und das, womit sie sich identifizieren, deckungsgleich. Zack, bumm. Und so. Die kennen das nur so und nicht anders. Und bei einem Trans-Menschen, soweit die, zumindest die toleranten Cis-Menschen, mit denen ich mich so umgebe, die verstehen und akzeptieren das zumindest, dass es Trans-Menschen gibt. Bei denen ist halt das eine, nämlich das Gender, das ist woanders. Das ist nicht übereinstimmend mit dem Körper. Und jetzt so, die Cis-Logik, wird halt der Körper dem angeglichen, wie du dich identifizierst. Und am Ende passt es wieder. Ziel ist, dass am Ende alles wieder zusammen passt. Das, womit du dich identifizierst und das, was dein Körper sagt, müssen am Ende wieder deckungsgleich sein. Wenn sie aber dann Fälle beobachten, wo Trans-Menschen sich zwar mit beispielsweise Männlichkeit identifizieren, aber sie bewusst manche Sachen an ihrem Körper weiblich lassen und dann vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen und mit diesem weiblichen Körper etwas tun, was so weiblich konnotiert ist, wie schwanger werden. Dann kommen sie nicht mehr mit, weil dann ist ja diese Deckungsgleichheit ist nicht mehr gewährleistet. Und das ist so Cis-Logik, ja, das kann ich auch nicht erklären. Also, ich kann den Leuten nur erklären, dass Gender und Körper zwei verschiedene Sachen sind. Man kann die angleichen, aber das eine spricht nicht für das andere. Aber am Ende kommen die, glaube ich, meistens nicht mit. Und ich glaube, als Trans-Person muss man sich sowieso an einem bestimmten Punkt einfach davon verabschieden, dass man Dinge tut, die alle Menschen um einen herum verstehen. Und ich glaube, schwanger zu werden als Trans-Mann, das ist so eine Sache, das wird nicht jeder verstehen. Also, die meisten werden es wahrscheinlich nicht verstehen und die müssen das auch gar nicht verstehen. Ich meine, ich selber, ich würde das ja auch nicht, ich würde es für mich selber auch überhaupt nicht in Betracht ziehen. Ich würde überhaupt noch nicht mal drüber nachdenken. Nein, 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 nicht. Ich möchte nicht schwanger werden. Ich kann mir das nicht vorstellen bei mir selbst. Nee, gar nicht. Aber ich bin ja auch jemand anderes. Und das ist so der einzige Spagat, den die Menschen um einen herum hinkriegen sollen, den anderen Menschen ihr Leben zu lassen. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute, falls ihr selbst vorhabt, eine Familie zu gründen oder ihr vielleicht schon eine Familie gegründet habt. Und auch wenn ihr nicht vorhabt, eine Familie zu gründen, wünsche ich euch trotzdem alles Gute, weil warum auch nicht? Warum sollte ich euch nicht ein schönes und erfülltes und glückliches Leben wünschen? Sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich da Ausnahmen machen soll und warum ich da unterscheiden sollte zwischen Kindern, die von Trans-Menschen oder von Cis-Menschen geboren worden sind. Ist scheißegal. Es sind am Ende Kinder. Hoffentlich gesunde Kinder und hoffentlich glückliche Kinder. In dem Sinne wünsche ich euch tolerante und glückliche Grüße zum Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Gater Schnurz.